Ich bin Babbert All right, my darlings I'm here now My poor darlings Yes, I know he's found us But I won't let him hurt you I'll kill him first Ivy I know Dr. Young mutated these plants to produce venom Yes, and I heard it through the grapevine The evil woman paid the price I need you to help me create an antidote Why should I? Let Joker have his fun I'll enjoy watching you squirm You've been in the dark too long Every plant on this island will get the same unless you cooperate There's a plant Growing deep in Arkham Island Only it can counter the effects of this titan strain Where do I find it? Oh, and Killer Crocs there You didn't think it would be easy Did you? Darauf hab ich jetzt Lust Go back to your cell Or I'll be after you next And I'll be waiting Oh, and Killer Crocs Oh, and Killer Crocs Oh, and Killer Crocs Oh, and Killer Crocs I'll see if you can shed some light on where Crocs kept Yeah, go back and play with that bitch for a few more hours The boss isn't ready for you yet Oh, so, wait a minute Der wollte mir jetzt grad zeigen, wo ich hin muss, glaub ich Collect plants, boss Ja, ja, da muss ich erstmal hin Talk to Aaron Cash Arkham Mansion Also hier muss ich jetzt erstmal raus Dazu muss ich jetzt erstmal an den Vollpfosten vorbei Können wir machen Ich wollte grad irgendwas sagen Ähm, ja, Pflanze ganz tief unten Erinnert mich auf jeden Fall an Da kommt es ja auch ein paar mal vor. So, jetzt aber. Kommt hierher. Echt jetzt? Ach, jetzt hat er genau den Falschen gehauen. Komplett durcheinander gebracht. Nein, der ist nicht okay. Das wird so wehren. Etzellah. Halt ihn stärker! Muss er den hier drücken? Halt ihn zurück, Batman! Komm her! Also wenn hier irgendjemand irgendjemanden verprügelt, dann ich euch. Ganz klar. So. Ja, dann können sie sich wieder einkriegen. Blödsinn. Ich wollte hier raus. Wo geht es jetzt hier raus? Hör mal, das waren die zwei. Nee, ich glaube, ich stehe gar nicht mehr so falsch. Oder? Ja. Oder? Nein. Dammit! Ich wollte doch irgendwas anderes zu Poison Ivy sagen, da in dem Moment, aber dann hat er das Reden angefangen mit Oracle. Ich weiß nicht, ich habe es voll vergessen. Was will ich hier? Wie zum Henker? Komm ich hier wieder raus? Krrrr! Ich habe mich verlaufen! Hör mal hier. Hör mal hier. So bin ich hier, glaube ich, auch reingekommen. Gut, unorthodox. Jetzt bin ich wieder hier. Hör mal. Gut, jetzt lässt er mich vielleicht drüben zur Tür rausgehen. Der gute Batsman. Dann komme ich noch zu dieser blöden Tür. Von da oben, glaube ich. Genau, jetzt komme ich hier raus. Sehr schön. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Oh ja, ja, ja. Oh man, wie Gordon Freeman die ganze Zeit irgendwo in... Oh, Lüftungsschacht rumkraxeln. Ist jetzt eins zu früh abgebogen. Lauf ich jetzt wieder zurück. Oh man, wenn ich das wüsste. Nö, hier geht's nach oben. Das ist gut. Hör, du kommst ja nicht rüber. Scheiße, er kommt hier rüber. Tja, so ist es nun mal mit Batsy, man. Jetzt sind hier wahrscheinlich immer alle wieder Passup, Penta... Wow. So, der wird jetzt ja gleichs Dröten anfangen, wahrscheinlich. Also, wie viel haben wir denn da? Vier. Man, da habe ich gedacht hier, ich bin jetzt da hier alles sauber gemacht und so. Aber nein. Jetzt müssen wir erst mal warten, bis die sich ausgekaspert haben. Guck mal, da ist auch noch einer. Die sind hier zu dritt. Und da unten ist der letzte. Funktioniert das vielleicht? Oh, guck mal, wie weit das runter geht. Jawohl, komm schon, im Ententanz. Nächster. Meins. Dammit. Echt jetzt? Das ist ein Exegelschweine. Das habe ja ich nicht einmal gesehen. Was sind sie denn jetzt? Da unten. Die blöden Pennergesichter sind gerade weggelaufen. Wie könnten die das sehen? So, einfach nur, wenn es Spaß macht. Da wäre theoretisch sogar genug Zeit, runterzuspringen und beide zusammenzuhauen, aber... So wie ich Batman kennen. Oder ich bin einfach zu blöd für die Steuerung. Komm, jetzt bewegt euch mal einen Millimeter. Ja, klappt das nicht ganz? Genau. Erzähl etwas von Zusammenlaufen und dann geht es einzeln. Das finde ich gut. Der steht jetzt da, der steht jetzt da. Moment. Da kann ich jetzt zwar keinen mehr hinhängen, aber vielleicht... Aber du verkriechst dich dort. Du bleibst da. Hey, Martin Jochen. Du solltest die Mörderer in den Matrix. Geh, was ich sage, dass ich dir tun. Oh, und... Hab Spaß. Der Ofen ein bisschen blöd gerade. Echt. Kann ich mir das erlauben? Das ist nicht gut. Was machst denn du jetzt da unten? Warte mal, wenn der da drüben steht, dann probiere ich das mal, dass ich hinter dem runterhüpfe. Oh ja. Das war geplant, natürlich. So, hier ist gleich irgendwo ein Rätsel. Vielleicht finde ich das auf die Schnelle. Mal gucken. Hm, was ist das? Was ist das? What time is tea time in Wonderland? Ja, das wüsste ich auch gern. Äh... Geben wir mal da hoch. Schnell, wenn ich schon mal da bin. Was muss hier irgendwo sein? Ähm... Tea time in Wonderland. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwas, wo zufällig draufsteht, tea time in Wonderland. Ist das hier irgendwo eine Uhr oder sowas? Das könnte natürlich auch hier unten sein, ne? Ja. Ja, schauen wir hin. Mad Hatter. Oh, der ist ja süß. Louis Caron's book Alice Adventures in Wonderland. Jervis Tetch. Ein Hypnose-Mensch. Mhm. Mind Control. Oh, da kann er sich mit Scarface zusammen tun. Nee, Scarecrow. So heißt er. Herz. Oh, der steht auf Hüte. Mhm. Alles klar. Nee, warte mal. Ey. Ja, genau. So, ich bin auf dem richtigen Weg. Sehr schön. So, was haben wir hier? Seid ihr fertig? Ich hab noch was gefunden. Wir haben ihn gefunden. Nein, dank dir. Der poor Mann hätte sterben können. So. Er hat eine Wälder, aber ein Kind. Als zu den Plänen, die er unterwegs ist, die Spuren, die er inbricht und zerstört, hat Kinder. Warum hat er nichts mehr als sie? Du Menschen ignorieren, was vor deinen Augen passiert. Ich versuche, die Wettbewerbsklotten vor die Wettbewerbsleute. Und das ist, warum du verlierst. Es ist mehr passiert, als du wissen, Warden. Es ist alles verbunden. Da haben wir sie fertig, die Ivy. Wir haben alles gefunden. Supi-dupi. Warte. Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind ein bisschen anders. Darf ich ihr noch? Ich glaube, sie will es. Ne, lass mal. Wow. Wow. Ei, ei, ei. Oh. Titan muss einen anderen Effekt auf Ivy haben. Sie werden sie wachsen. Sie werden bald aus Kontrolle sein. Diese Pläne werden weiter mutieren. Okay. Diese Pläne hat eine ähnliche Spöre als die, die Ivy benutzt, um zu verletzten Gotham letztes Jahr. Sie sind tot. Au. Blödes Viech. Das ist auch ein blödes Viech. Die kann ich doch bestimmt irgendwie kaputt machen, ne? Einmal den Pott kaputt gemacht. Ah, Dusche wieder. Ja. Hier ist gleich irgendwas angeblich Rätselmäßiges. Was könnte denn das sein? Ich meine, ich stehe direkt davor. Soll ich echt mal gucken? Alter Verwalter. Und noch zwei Arkem-Dinger. Äh, korrekt Position in life. Äh, da muss ich wieder irgendwo hin, ne? Na gut, dass wenn ich jetzt auf die Schnelle nicht hinkriege, lasse ich das? Wow. Nice move, Bats. Na, erstmal ein paar solche iPods kaputt, glaube ich. Ich bin schneller. Schneller. Oh, hier war doch noch irgendwo einer. Oh, jetzt war ich nochmal schnell genug. Damn it. Ah, nicht so schlimm. Ha! Doch noch erwischt, die Drecksau. Haben wir hier noch einen? Hoffentlich merkt er sich das auch alles. Wenn ich dann speichere, oder der dann selber speichert. Ach, apropos speichern. Diese Save-Points hier in dem Spiel, die finde ich unmöglichst schlecht. Ehrlich. Ich muss nach links. Ähm, das wäre dann, ja, hier. Da oben ist noch so ein iPod. Hier noch ein paar. Oh, hier sind Zähne. Und El Potty. Schnell hin. Oh, der hat mir weh getan. Der steckt aber auch einfach und muss in seine Hand rein, ne? Der gute Bass. Der weiß, wo er hingreifen muss. Die bewegen sich die ganze Zeit und macht das so komische Geräusche. Oh, Mann. So, jetzt aber. Jetzt bist du dran, du Sau. Plop! Ja, obwohl Batmans Faust hilft gegen alles. Wahrscheinlich auch gegen Kopfschmerzen. Krebs, keine Ahnung. Ja, das war schon, komm. Das bisschen. Jetzt aber Aaron, äh, warte mal, nee, so komme ich nicht rein. Ich muss hier wieder extra Wege gehen. Okay, die sind ja überall, die Dinger. Mann, nur Meter. Da ist aber kein Feind. Das heißt, ich muss nur irgendwie irgendwo hinkommen. Wo muss ich denn hinkommen? Geradeaus. Alles klar. So, wo ist er versteckt? Da. Ist das echt gefährlich, wenn ich da runtergehe? Wahrscheinlich, ne? Guck ich dann hier oben irgendwo weiter? Ja. Dann, sonst hätte ich mich nämlich jetzt einfach mal runterfallen lassen. Aber so. Oh, dann habe ich dich schon. Dann habe ich den schon. Oh, da drüben habe ich schon gesehen. Da sind Gestalten. Main Hall. So. Die sind schon verstorben da unten. Da drüben bewegt sich noch was. So, hier kann ich hin. Aber hier ist auch schon Schluss. Gibt es hier noch sonst irgendwo? Hier waren doch immer so Gargoyles oder sowas. Mal schauen, wo ich da hinkomme. Okay. Schon mal ein Millimeterchen weiter. Gucken, was mir das bringt. Ich könnte jetzt da hoch. Jetzt kann ich dann da rüber wahrscheinlich. Oder muss ich da mal segeln? Oh, wird schon schief gehen. Ja, siehst du mal. Sehr cool. So, und von hier aus. Das schaut so aus, als kann ich da einfach runter. Das sind, glaube ich, meine Freunde. Zumindest Polizeiuniform, Mann. Na? Batman. alles klar so also das heißt ich muss jetzt wohin intensive treatment ich muss jetzt hier erstmal wieder raus wo sind es ja da noch man ein wenig verwirrt also einfach wieder raus zur tür und dann das große ding in der mitte das heißt sie positioniert den ganzen weg wieder zurücklaufen oder was wenn ich schon mal hier bin habe ich hier zufällig hier habe ich wahrscheinlich noch keine rätsel ab ja okay dann halt wieder zurück halt jetzt schleichen so kommt jetzt irgendwie darüber vielleicht hier ist netterweise offen gelassen kann ich wahrscheinlich dahin ganz großes kino batman ernsthaft das vielleicht ja ich wollte smarter sein als er aber ich wusste dann doch nicht dass er einfach über den links drüber springt hallo über das geländer hätte ich jetzt nicht erwartet na gut ich kenne schon also wieder raus plupp und wieder darüber ach so das ist ach weil das so rot ist habe ich das jetzt irgendwie mit dieser special ansicht von batman verwechseln aber das ist normal ist hier vielleicht irgendwie so zufällig so ein fragezeichen okay leute ich hätte gesagt an der stelle mache ich schluss ich hatte mich hier glaube ich gerade einen speicherpunkt hoffe ich doch mal irgendwo da drin und wir sehen uns dann hoffentlich einfach beim nächsten mal ja also bis dahin dafür zu gucken und hier habt ihr auf was spektakuläres gewartet nein 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 lasz auf einen tschür mit der höhe 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 tschür mit der höhe